Die Frage ist nicht, was wir uns versprechen, sondern was wir mit der Single den Leuten versprechen. Und zwar eine sehr gute Zeit, einen extremen Sommer und eventuell Deutschland als Europameister. Und wir versprechen ihnen, ab sofort mit ihrem Arsch zufrieden zu sein. Alle Leute müssen tanzen. Es wird nicht zur Pflicht, sondern das geht ganz automatisch. Und wer es schafft, im Stehen ein Glas Rotwein auf seinen Hintern abzustellen, der kriegt für die Missetour einen freien Eintritt. Stunt-Double. Naja, Stunt kann man nicht sagen. Boogie-Double. Boogie-Double. Und was ist denn, warum ich damals angefangen habe? Mit Storm by Freestyle. Achso, richtig. Ich wollte was zu den Engländern sagen. Die Engländer machen ja Happy Slapping. Das geht ungefähr so. Also vielleicht auch ein bisschen doller manchmal. Und dann ist uns aber die Idee gekommen, dass man es mit dem Hose runterziehen eigentlich noch viel besser ist. Die Kunst ist natürlich, es möglichst aus Versehen aussehen zu lassen. Für eventuell ein Paar auf die Fresse möchten wir natürlich nicht verantworten. Also nicht. Also man, wir können es ja verraten, es ist kein Luxusdampfer. Es sieht tatsächlich so ein bisschen aus. Es ist aber gedreht worden auf einer Trabrennbahn in Mariendorf in Berlin und stellt, sage ich mal so, eine Party von einer Räderfamilie dar. Also Räder nicht in dem Sinne wie das, was am Auto beispielsweise dran ist, sondern wie die Leute... Und nicht das, was am Pult ist? Sondern die Leute, die Schiffe bauen. Wir haben allerdings keinen Einlass gefunden. Deswegen mussten wir uns quasi durch die Hintertür reinschummeln. Mit Gewalt mussten wir uns eingeschränken. Ja, so gewaltig. Ich fand es ganz gut, dass wir auch immer die Muskel spielen haben, das in dem Video. Wir haben kurz gezeigt, dass es theoretisch geht. Dass wir auch jedes Video machen könnten. Könnten wir auch jedes Video machen. Der sogenannte Pants-Pulling. Äh, aber Pantsing könnte das auch sein. Oder Posing.